. Dieses Foto von einem Friedensvertrag ist gestellt. Nichts daran stimmt. Und doch ist alles echt. Nicht glücklich. Es ist so. Kein Schmerz. Kein Schmerz. Kein Schmerz. Nein. Du liebst ihn und er liebt dich. Kein Schmerz, weil du immer schmerzt. Du immer schmerzt. Die Gesichter kommen einem bekannt vor. Doch im echten Leben leitet Putin ein Transportunternehmen, Zelensky ist Karosseriebauer und Kim Jong-Un ist Musikproduzent. Die drei Staatschef-Dubels kommen aus Polen, Usbekistan und Hongkong. Ihr Leben drehte sich um 180 Grad, als Russland letzten Februar in die Ukraine einmarschierte. Ich bin Svawomir Sobala. Nein, 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 Svawomir. Ich bin Svawomir. Ich bin Svawomir. Svawomir lebt in Breslau in Polen, nahe der deutschen Grenze. Ich bin Svawomir. Sytuacje, z którymi zaczęły się spotykać, a były to głównie na jakichś wyjazdach, czy nawet na ulicy jak chodziłem, zdarzało mi się, że osoby podchodziły do mnie i mi wprost mówiły, Ich weiß, dass ich wie Präsidenten Russland, Wladimir Putin. Ich habe mich gewohnt, um die Karriere Putina zu sehen, ihre Erhöhungen und ihre Erhöhungen zu sehen, wie sie mit seiner Person. Ich denke mir, dass die Augen, vielleicht auch die Augen. Ich denke mir, dass ich in den Kadern eher, in denen weniger. Innerhalb von 15 Jahren wurde Svawomir zu einem sehr bekannten Putin-Dubel. Er spielte Putin in Werbespots in Hongkong, war Putin in Mexiko oder Israel. Im Clips oder bei diesem Theaterprojekt in Edinburgh. Putin, als wir alle wissen, war eher eine politische Politik. Ich weiß nicht, ob es viele Leute oder nicht. Aber er ist ein Politiker, der praktisch in allen Salonen hat sich mit allen Wiedern. W zasadzie, w zasadzie do tego momentu, kiedy ta wojna nie wybuchła, nie miałem większych problemów. 24. lutego w zasadzie zmieniło się wszystko. Są ludzie, którzy reagują na mój widok bardzo nieprzyjemnie. Potrafią swoje frustracje wrzucać nam w stosunku do mnie. Po raz pierwszy w życiu czułem to, że to moje podobieństwo może sprawić, że mogę się czuć ja zagrożone, ale również moje najlepsze. Dostawiam rzeczywiście pogruszki pod adresem własnym, dostawiam pogruszki pod adresem moich dzieci. Einige Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine erhält Svawomir einen unerwarteten Anruf. Howard, dubel von diktator Kim Jong-un, sieht sich als Vermittler zwischen den Staatschef Dubels. Er bittet um Hilfe bei einer Ausschleusungsaktion. Ihre Mission? Die rettung eines Kollegen. Howard zadzwonił do mnie i powiedział mi, że ma przyjaciela na Ukrainie, który jest bardzo podobny do prezydenta Zolanskiego. Na początku nie wiedziałem do końca, dlaczego do mnie dzwoni i co chciałby ode mnie, żebym mu w czymś pomógł. Howard, der in Hongkong geborene falsche Kim Jong-un, war zu Beginn des Ukraine-Krieges in Singapur. Als Zelenskiy zum Todfeind der Russen wurde, dachte er sofort an dessen Doppelgänger Umid Izabaev. Er hatte mit ihm 2020 eine russische Doku über Politiker-Dubels gedreht. I thought of him straight away. The last time I heard was that he was in Russia, and he signed a contract with some Russian producer. But to my surprise, when he answered me, I think it was on Instagram or Facebook, one of the two, he told me that he was actually in Kyiv. So I told him, what are you doing there? You shouldn't be there. You need to leave ASAP. I don't trust him. I don't trust him. At that moment, from Moscow, from Moscow, my former producer, wrote to me, you're in Kyiv, right? I said, yes, I'm in Kyiv. You're in danger. 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 You're listening to me. I'll tell you address. You're in the West, Lviv. I said, look, man, this Russian guy is full of shit. And I'm just, I'm just, I'm not tied to any governments, any organisation. It's just me and Slava me. We're impersonators. You're one of us. You're impersonator. There's a small family of us. And this is, we're getting you out, because we don't, we want you to be safe. And I don't want him to be kidnapped and be made to make Russian propaganda, because I know they would do that. I contacted Slava me because Slava me lives in Poland, which is right next to Ukraine. I thought maybe he has some contacts. That Kim Jong-Un-Double Howard befürchtet, der falsche Zelenskyy könnte in eine Falle der russischen Propaganda geraten. Er will ihn in Polen in Sicherheit bringen. When he was going from his safe house to the Polish border, he got stopped by the Ukrainian police. And they searched his phone. And they could see that he made calls to Russia. They questioned him. They were really suspicious. And so what happened was that he had to explain to him, the Zelenskyy impersonator. Because if it was any other person who made calls to Russia, then they would be investigated and put in jail, probably investigated for, you know, interrogated for quite a few days. Having this face of Zelenskyy gets you out of trouble. After four days of war, the Zelenskyy-Double in Poland is coming to Poland. Here he is the first time the Putin-Double in his city in Breslau. And now that he became a layman of his family and is the first time to travel with the��로 and the rest of theイン. I met him in the hotel room at the reception of the hotel room. And as young children, we came into the arms. It was quite nice. Eine Welt, in der das Zelensky-Dubel zufällig gelandet ist. Umid wuchs in der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan auf. Als Sohn eines Karosseriebauers. Er lebte 15 Jahre lang in Moskau, wo er mit seiner Frau und seinen vier Kindern ein besseres Leben anfangen wollte. Bis zu jenem Tag 2019. Und es ist eine Belegung. Und nach dem Sprechstil, in der Diplomung des Metro, Ich hatte meinen Freundin aus. Ich habe alles gehört. Das ist eine Digital-Historie. Alles, alles. Wo er sich trainiert, wo er ging, wie er jetzt Präsidenten ist. Ich liebe ihn nicht nur nur, sondern auch, wie ich ihn liebte. Zwei Jahre lang parodierte Umid Präsident Zelensky in öffentlichen Kreml-nahen Fernsehsendern. Ich habe meine Frau, ich habe einen Konkratz. Das ist ein Konkratz. Das ist ein Konkratz. Wenn ich diesen Rol spielen würde, weil ich Geld habe, dann würde ich... nicht nur den Präsidenten der Ukraine, sondern auch den Menschen der Ukraine. 2021, ein Jahr vor dem Krieg, erhält Umid Nachricht von einem Unbekannten, der ihn einlädt, in die Ukraine zu ziehen. Bitte sagen Sie, etwas damit, dass die Propagandisten nicht für heute Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich mich nicht besitzen kann. Der Geheimdienst oder eine Produktionsgesellschaft. Er hat keine Ahnung, wer ihn vor dem Ukraine-Krieg herholte, um zu verhindern, dass er in russischen Filmen mitspielte. Sechs Monate nach Umids Ausschleusung reist Kim aus seiner Heimat Singapur nach Deutschland. Erstmals trifft er hier seinen Schützling, den er noch nie persönlich gesehen hat. Der falsche Kim will sich mit eigenen Augen das Asylzentrum in Weze ansehen, in dem der Selensky-Doppelgänger auf seine Anerkennung wartet. Doch Kim hat panische Angst vor Corona. All right, cool. Mask, please. No, no, your mask, your mask. Okay, so this time, what we're gonna do, first thing is to, I need to test him for COVID. Not 45 degrees, 90 degrees, like you gotta put it straight in. So, we're gonna do, first thing is, we're gonna do, first thing is, we're gonna do so. So, we're gonna do it 5 times. So, we're gonna do it. So, deeper, deeper. And also, when we eat, we always eat separate. Okay. You can tell him since he's just been tested negative, we can… So, we're gonna do it. So, we're gonna do it, you can take it up. No, take it off now. No. Don't. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Du sollst nicht deine Mouth auf der Außenkette ausfüllen, denn das ist immer der Virus. Nein, das ist klar. Aber unsere Prognose ... Wir haben uns noch gerne gesehen. Und für meine zweite Mama. An diesen wenigen gemeinsamen Tagen hat Howard viel vor. Er will Zelenskys Fluch zu einer Chance machen und ihm zeigen, wie er als Dubel Geld verdienen kann. Er erklärt sich zu seinem Agenten. Aber jetzt, dass er aus seiner Umständen ist, wo er die Sprache nicht spricht, muss er einen Effort machen, um wieder von der Bühne zu beginnen. Ja. Do you have a small, small? No. No, S. S small. All right. Glasses off. Glasses off? Yes. Der eine spricht Englisch, der andere Usbekisch und Russisch. Zur Verständigung nutzen sie Google Translate. You don't need to do anything at the moment. Just watch me and how I am able to attract attention and make people pay. Ja, why not? You want a picture? Ja. You've got to give me a tip. Sorry? A tip. Money. Oh, no. I have no money. No money? No honey. Anything you want. Why not? Yeah, everything here. So, all right. Okay, right there. When you wave the flag, you've got to give it here. You've got to like, Yeah, like that. And then see, so well, you know, you cry. You need to eat more and get fatter because the person you impersonate is a lot fatter. When they take a picture of you, it reminds them of Ukraine. Therefore, if you do a service, you have to get paid. selfie or something. And more importantly, in such a moment, the war is in Ukraine. Okay, I'm not Zelensky, but I'm still looking at him. All the people already know me. I don't have to go out or have some fun. The thing that I'm still looking at him now, I'm still looking at him now, I'm still looking at him like Zelensky, so I can see this difficulty, so I'm feeling it too. So I'm not really looking at him now, so I don't like himself. Sorry. Der falsche Kim kultiviert seit zehn Jahren ungeniert seine Ähnlichkeit, um sein Vorbild Kim Jong-Un ins Lächerliche zu ziehen. Seine Methode ist die Provokation. Im Frühjahr 2018 ist Howard in Singapur. Am Rande eines Gipfeltreffens von Trump und Kim Jong-Un spricht er zum US-Präsidenten. Ein Jahr später veralbert Howard am Rande eines erneuten Gipfeltreffens in Vietnam den rituellen Händedruck, ehe er von der Polizei verhaftet wird und ausreisen muss. Bei seinem Europa-Aufenthalt im Sommer 2022 überlegt sich Howard, falsche Happenings zu inszenieren. Mit dem falschen Zelensky und dem falschen Putin, der zu ihnen nach Berlin gekommen ist. Von den dreien ist Howard der Einzige, der seine Ähnlichkeit zum Beruf gemacht hat. Er gibt deshalb den Ton an. All right, guys, so today's plan is to go to the Brandenburg Gate. I think for you, Putin, I think is to, you should have a look at the place, enjoy it before you try and invade Germany again, okay? So, can you go in your army pants and go topless, because for that it will be fantastic. Women love you. Women, German, women will go crazy for you. But uniform army to Berlin is not good. Pamiętajmy, że dzisiaj jest wojna. Dzisiaj w nocy spadły kolejne rakiety na Ukrainę. I to musi być wszystko przemyślane. Więc moją decyzję bardzo proszę, żebyś uszanował. Nie będę występował w roli Putina, kiedy jest porozbierany i protestuje, okazuje swoją siłę poprzez goły tors. Okay, let's go. Go. Come on. Come on. Back to back. Move back. Move back or you'll get executed, or you'll get executed, or you? Gdzie wiele się wydarzyło i wiele tragedii ludzie przeżyli. Dzisiejsze czasy są powtórką z lat 20-tych zeszłego wieku. Miele. Incredible. Taka jest nasza rola, żeby satyrą walczyć, ale sam nie wiem do końca, nie jestem przekonany, czy nasza obecność tutaj dzisiaj jest najlepszym miejscem. Miele. 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 Sie sind beinahe nicht mehr sie selbst und auch nicht wirklich jemand anders. Ihr Aussehen hat ihr Leben verändert, auch gegen ihren Willen. Sie wissen, sie können die Welt nicht verändern, aber sie spielen mit der Idee, Einfluss zu haben. Und beschwören auf dem Parkplatz den Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017